Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Diplomacy und wir haben jetzt den Herbst 1903. Der Herbstzug, der wieder zu Veränderungen führen kann, was die Versorgungszentren betrifft und deshalb besonders spannend ist. Zur Erinnerung, wir hatten hier das letzte Mal an der Westfront eine völlige stagnierende Situation. Alle Angriffe wurden durch die Franzosen erfolgreich zurückgeschlagen. An der Ostfront konnten die Deutschen Warschau erobern. Mal sehen, ob sie das halten werden. Und hier unten gab es eine schwierige Situation für die Osmanen. Die Österreich-Ungarer konnten sich hier so ein bisschen Luft verschaffen. Mal sehen, wie das weitergeht. Mal sehen, wie das weitergeht. Es gab beim letzten Mal einige Irritationen bei Zuschauern, bei Kommentatoren, was Regelfragen betrifft. Wir werden wahrscheinlich in dieser Folge nochmal darauf zu sprechen kommen. Da werde ich diesen Punkt nochmal erläutern, weil wir wieder einige dieser Fälle haben. Überhaupt wird es diesmal recht komplex mit der Auswertung der Züge. Also Hochkonzentration ist angesagt. Gut, ich versuche, dass wir das hinkriegen. Wir beginnen wie immer mit den Zügen und machen dann einen Schnitt und kommen dann zu der Interpretation der Lage. Also fangen wir an mit den Briten. Die Briten ziehen hier vom Mittelatlantik nach Portugal. Als erstes. Dann verschiffen sie ihre Armee von London in die Picardie, machen also einen Angriff hier. Das wird durch diese Flotte im englischen Kanal durchgeführt. Und die Flotte in Belgien unterstützt diesen Angriffszug von London in die Picardie. Und dann haben wir noch die Armee in Norwegen, die, und das ist jetzt ja eine Überraschung, nachdem sie wirklich einige Runden dort einfach nur defensiv agiert hat. Diese Armee in Norwegen greift jetzt Schweden an. So, das war der britische Zug. Was das für Auswirkungen hat, sehen wir dann, wenn wir den französischen und vor allem deutschen und den italienischen und den russischen Zug kennen. Also machen wir der Reihe nach weiter. Also die Franzosen. Erstmal hier ihre Flotte in Spanien bleibt hier verteidigt hält. Die Armee in der Gascogne unterstützt dieses Halten in Spanien. Die Flotte in Brest wiederum unterstützt die Armee in der Gascogne. Und die Armee in der Picardie versucht nach Paris zu kommen, Paris anzugreifen. Das ist erstmal der Zug. So, inwieweit das hier klappen wird, sehen wir, wenn wir die deutschen und italienischen Züge gesehen haben. Ich denke, das machen wir dann zunächst erstmal. Also, fangen wir mal mit den deutschen Zügen an. Also, haben wir hier an der Westfront die Armee aus der Burgund versucht, erneut einen Angriff auf Paris. Dann haben wir die Armee in Holland, die die Flotte in Belgien einfach unterstützt. So, mal nicht auf Kante stellen. Ja, dann wird das vielleicht so ein bisschen deutlich. Okay, das tut die. Die Flotte in Berlin versucht, die Ostsee anzugreifen. Die Armee in Warschau hält einfach die Stellung verteidigt und die Flotte in Dänemark unterstützt den Angriff von Norwegen auf Schweden. Also, wir haben hier erstmals ein koordiniertes Vorgehen der Deutschen und Briten gegen die Russen. So, das war der deutsche Zug. Wir können vermutlich gleich... Na, machen wir erstmal die Italiener, bevor wir hier das auswerten. Ich hoffe, ihr habt noch so ein bisschen Erinnerung, was da genau welche Befehle waren. Wenn nicht, helfe ich euch auf die Sprünge. Also, was machen die Italiener? Die Italiener greifen von Marseille aus hier Spanien an. Und das wird unterstützt durch die Flotte im Golf von Lyon. Die Armee in Piedmont zieht nach Marseille. Die Flotte Tyrrhenisches See versucht, in die Ionische See zu ziehen. Und die Flotte hier in der Adria unterstützt einen Angriff der Österreich-Ungarn auf Albanien. Ob dieser Angriff stattfindet, das werden wir gleich sehen. Aber erstmal werden wir die Sachen hier jetzt auswerten. Also, kommen wir mal zu dieser kniffligen Situation. Das Entscheidende, um jetzt die Auswertung zu verstehen, und da gab es ein Missverständnis das letzte Mal, ist, dass wenn eine Armee angegriffen wird, zum Beispiel hier die französische Armee in der PKD, durch eine andere und diese Armee selbst irgendwo angreift, dann wird dieser Angriffszug nicht unterbrochen. Also, das ist entscheidend zu verstehen. Nur Unterstützungszüge werden unterbrochen durch einen Angriff. Das heißt also, die Franzosen können hier ihre Bewegung nach Paris also problemlos erstmal durchführen, obwohl London, obwohl England hier in der PKD angreift. Also, werden wir erstmal das auswerten. Hier kommt es erneut zu einer 1-zu-1-Situation, ein Putt. Das heißt, niemand kann hier in Paris einmarschieren. Die Deutschen bleiben in Burgund und die Franzosen bleiben in der PKD. Und jetzt kommt es dann hier zu diesem Gefecht. Und hier haben wir eine 2-1-Situation. Das heißt, zwei Briten, das wurde ja supported, wenn ihr euch ändert, durch Belgien, diesen Zug in die PKD gegen eine französische Armee. Und damit siegen die Briten in der PKD. Nun könnte sich diese Armee zurückziehen. Allerdings gibt es keinen Ort, denn sie darf nicht nach Paris zurück, weil dort eine Schlacht stattgefunden hat. Das ist eine Regel. Und deshalb ist das kein erlaubter Rückzugsort. Insofern muss diese Armee aufgelöst werden. Die französische Armee in der PKD. So, damit haben wir das auch jetzt anständig ausgewertet. Jetzt gucken wir mal hier unten hin. Hier haben wir erstmal die Situation, ein 2-Stärke-Angriff hier auf Spanien. Der wird aber geblockt, abgewehrt durch die Unterstützung der Gascogne auf Spanien. Somit ist dieser Angriff nicht erfolgreich. Die Armee muss nach Marseille zurück. Die Armee muss nach Piedmont zurück. Und die Flotte, die liegt ja sowieso im Golf von Lyon. Was aber erfolgreich ist, ist dieser britische Einmarsch oder Einzug in Portugal. Damit kann jetzt hier die französische Flagge verschwinden. Und die britische Flagge kommt herein. So, damit die Veränderung hier oben machen wir dann am Ende dieses Zuges. Das ist jetzt erstmal die Westfront gewesen. Wir machen dann, wie gewohnt, weiter mit den Österreichern. Genau, das sind die nächsten. Ja, alle anderen hatten wir gezogen hier. Also, hier, das haben wir schon geahnt, dass das passiert. Hier gibt es ja einen Unterstützungszug. Und tatsächlich, diese Flotte aus Triest greift Albanien an. Ziehen wir vielleicht mal direkt hier rein. Mal gucken, was daraus wird. So, weiter mit Österreich. Dann haben wir die Armee in Galicien, die die Armee in Rumänien unterstützt. Und die Armee in Rumänien unterstützt wiederum die Armee in Galicien. Die beiden unterstützen sich gegenseitig. Und dann haben wir noch die Armee in Serbien, die diesen Zug von Triest nach Albanien, dieser Flotte ebenfalls unterstützt. Derzeit also drei Stärkepunkte auf diesen Zug nach Albanien. Gut, okay. Dann kommen wir zu den Russen. Also, die Russen machen folgendes. Vielleicht erst mal im Norden. Sie greifen mit ihrer Flotte in der Baltischen See, greifen sie Dänemark an. Und mit ihrer Flotte in Schweden unterstützen sie diesen Angriff auf Dänemark. Hier wird es auch gleich eine ganz knifflige Situation geben. Beziehungsweise, das können wir eigentlich jetzt schon auflösen. Denn auch hier müssen wir wieder diese Regeln anwenden. Also, es ist so, dass, wie gesagt, Angriffe niemals andere Angriffe abwehren. So, was passiert also hier? Wir haben erst mal einen Angriff, Baltische See Dänemark, der unterstützt wird durch die Flotte in Schweden. Diese Unterstützung wird aber unterbrochen durch den Angriff der Briten hier. Also, die zählt nicht. Das heißt, wir haben hier nur eine Stärke von 1. Und damit ist dieser Angriff gescheitert. Nun kommt also aber hier die Seeschlacht hier ins Spiel. Berlin-Ostsee. Und auch hier ist eine Patz-Situation. Das heißt, die Flotte bleibt in Berlin liegen. Okay. Dann haben wir jetzt allerdings diesen Angriff nochmal der Norweger nach Schweden, der unterstützt wurde durch die Deutschen. Da aber es hier ein Angriff erfolgte von der Ostsee gegen Dänemark, ist dieser Support auch unterbunden, sodass wir hier oben wieder eine 1-1-Situation haben und somit der Angriff auf Schweden nicht erfolgreich war. Also hier oben eine absolute Patz-Situation. Hier geschieht nichts weiter. So, was machen die Russen sonst noch so? Die Russen ziehen von Moskau, versuchen sie nach Warschau zu ziehen, aus der Ukraine nach Galicien und aus der Vastopol nach Rumänien. Das sind ihre Züge hier an dieser Front. Okay. Und um das Ganze jetzt endgültig auflösen zu können, fehlen natürlich jetzt noch die Osmanen. So, was machen die? Die Flotte hier im östlichen Mittelmeer bleibt, wo sie ist. Sie hat ein Haltebefehl. Dann gibt es einen Angriff von Albanien auf Serbien. So, und dieser Angriff wird, jetzt muss man kurz mal gucken. Nee, die Armee in Griechenland supportet nur Albanien. Okay, der wird nicht untersch... Ach nee, doch, ja, entschuldigt. Jetzt habe ich mich versehen. Also die Armee in Griechenland supportet diesen Zug von Albanien nach Serbien. So, dann haben wir die Armee in Bulgarien, die ebenfalls diesen Zug von Albanien nach Serbien unterstützt. Also damit hier sogar eine Dreiersituation. Und wir haben die Flotte in der Ägäis, die Bulgarien unterstützt. Also hier, einfach nur als Absicherung. So, wie lösen wir denn diesen Schlamassel hier auf? Also, wie gesagt, hier erfolgt der Angriff aus Albanien heraus. Deswegen kann der Angriff von Triest diesen Angriff nicht irgendwie unterbinden. So, wir haben hier eine ganz klare Überlegenheitssituation. Das heißt, hier siegen die Osmanen. Der Angriff ist erfolgreich. Und die Österreich-Ungarn müssen sich zurückziehen. Und sie ziehen sich nach Budapest zurück. Die Osmanen marschieren in Serbien ein und halten damit ihr Versorgungszentrum. Sie erobern es wieder zurück. Sie hatten es ja verloren. So, und dadurch, dass hier jetzt keine Armee mehr drinsteht, ist auch dieser Zug von Triest nach Albanien automatisch gewonnen. Da braucht es gar keine Unterstützung mehr. Und dadurch, dass hier nichts passiert ist, ist die italienische Flotte jetzt auch in der Ionischen See angekommen. Das ist erstmal der Stand der Dinge. Was müssen wir machen? Wir müssen hier noch ein Versorgungszentrum wechseln. Nämlich die Deutschen haben ja Warschau erobert. Das drehen wir nochmal richtig rum. So, und ich glaube, ansonsten bleibt es so, wie es ist mit den Fahnen. Dann können wir hier noch ein paar Sachen verändern. Wir müssen die Briten einen nach vorne ziehen und die Deutschen ebenfalls. Dafür kommen die Franzosen einen nach unten und die Russen ebenfalls einen nach unten. Das ist also jetzt die punktemäßige Entwicklung. Jetzt diese Runde und dementsprechend hat das auch Konsequenzen fürs Bauen. Gehen wir das mal im Einzelnen durch. Die Engländer haben ein Einversorgungszentrum mehr, nämlich Portugal, können dementsprechend eine neue Armee unterhalten und bauen in London eine Flotte, die wir dort auch direkt platzieren. So, dann haben wir die... Die Franzosen behalten ihre drei Einheiten. Sie haben ja hier noch Spanien. Genau, Marseille ist besetzt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das stimmt alles so. Als nächstes sind die Deutschen dran. Die haben ja Warschau dazu gewonnen. Und sie bauen in Kiel ebenfalls eine Flotte. Also sie können derzeit könnten sie in München oder Kiel bauen. Sie entscheiden sich für Kiel und sie entscheiden sich für eine Flotte. So, dann haben wir die Russen. Die Russen müssen eine Armee entlassen, weil sie ein Versorgungszentrum verloren haben, nämlich Warschau. Und sie entscheiden sich dafür, die Armee aus Moskau vorzunehmen. Und dann haben wir die Osmanen. Die Osmanen, die hatten ja eine Armee verloren. Da sie aber das Versorgungszentrum gehalten haben, können sie das nachbauen, diese Armee. Und das tun sie auch. Sie bauen die Armee in Konstantinopel. So, liebe Leute, das waren jetzt erstmal die Züge. Sehr spannend, mal wieder interessante Entwicklung. Wir kommen gleich zur Interpretation des Ganzen. So, wie angekündigt jetzt die Analysephase. Und wir beginnen wie gewohnt mit den Briten, die einen, das muss man einfach mal so sagen, einen sehr starken, erfolgreichen Zug hinter sich haben. Natürlich Portugal, ein neues Versorgungszentrum, enorm wichtig. Und damit können sie jetzt auch die Ernte einfahren, dass sie sich hier ebenso wie die anderen gegen Frankreich gewendet haben. Während die Deutschen davon noch nicht profitieren konnten und die Italiener hier festhängen in Marseille, haben die Briten jetzt beste Voraussetzungen, auch weiter vorzurücken. Immerhin haben sie auch eine Armee in die PKD bekommen, was jetzt wirklich wichtig ist für die weiteren Schritte. Also, das wird interessant sein. Und jetzt wird es aber spannend werden. Dazu kommen wir noch mal bei den anderen Ländern. Wie sie sich verhalten werden mit den Deutschen. Also zum Beispiel Thema Paris. Und wie sie sich verhalten werden mit den Italienern. Denn die Flotte allein kann hier nichts ausrichten. Die Italiener allein können hier nichts ausrichten. Irgendwie, um hier was zu erreichen, müssen sie sich zusammenarbeiten. Aber dazu müssen sie sich auch einigen. Wer soll denn nun Spanien bekommen? Italien oder Großbritannien? So sieht es eigentlich im Moment aus. Aber die Briten in einer hervorragenden Lage. Und das Zweite, was wirklich bemerkenswert ist, nachdem sie hier drei, vier Runden lang ein ziemliches Hinhaltespiel gemacht haben, haben sich jetzt ganz offenbar entschieden, gegen die Russen vorzurücken, an der Seite der Deutschen. Das ist schon jetzt eine ganz wichtige Wendung. Bisher hatte man ja fast gemutmaßt, als ob es hier Verabredungen gab zwischen den Briten und den Russen, um den Deutschen zu schwächen. Jetzt scheint sich hier das Blatt zu wenden. Und wohlmöglich hat der Brite auch die Situation jetzt so eingeschätzt, nach diesem Rumänien-Debakel, nach der Schwächung Russlands, dass jetzt die Zeit gekommen ist für einen Angriff. Das Ganze war zwar noch nicht erfolgreich, aber so wie Russland derzeit dasteht, ist das vermutlich nur eine Frage der Zeit. Im Übrigen möchte ich auch noch mal auf eine Sache hinweisen, die ich bisher nicht gesagt habe, aber die kein Geheimnis ist. Von Norwegen aus kann man über dieses Fitzelchen-Grenze direkt nach St. Petersburg marschieren. Das heißt, dieses Versorgungszentrum der Russen ist eigentlich ständig hier in Gefahr und es wird schwierig werden, das auf Dauer zu halten, diese Front. Gut, also das zu den Briten, zu den Franzosen. Ja, jetzt ist es soweit. Sie mussten jetzt ein Versorgungszentrum hergeben. Sie sind jetzt schon so sehr in der Defensive, dass man eigentlich fast jede Hoffnung aufgeben muss. Die Hoffnung bestand nach, dass sie sich diplomatisch mit irgendjemandem einigen können, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Und an einem bestimmten Punkt werden die anderen das dann auch nicht mehr mitmachen, weil, ja, dann hat, also davon profitiert man nicht. Man profitiert dann eher davon, sich die letzten Versorgungszentren dann selbst zu schlucken. Aber ich muss mal an dieser Stelle ein großes Lob und ein Dank aussprechen an die Franzosen, an den französischen Spieler. Denn gerade bei Online-Games ist es nicht selbstverständlich, dass man in so einer Situation immer noch tapfer weiterspielt, das Beste versucht rauszuholen. Hier gut verteidigt, andere hätten da schon längst hingeworfen und das Land verlassen. Also da bin ich sehr dankbar, denn gerade dieses Spiel, das muss man auch mal sagen, lebt davon, dass auch die Spieler, die in einer unterliegenen Situation sind, weiterspielen. Das ist wirklich enorm wichtig. Lebt nicht nur davon, dass alle gewinnen wollen, sondern dass alle, ja, auch dranbleiben. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem des Spieles, ist, dass manche Spieler früh aus dem Rennen ausscheiden, um den Sieg und dann die Motivation nicht so leicht aufrechtzuerhalten ist. Aber das bei den Franzosen ist das absolut der Fall. Und gerade für, ja, dieses YouTube-Projekt ist es natürlich wichtig, auch solche Spieler hier mit am Brett zu haben. Also, ein Dank dafür. So, also die Franzosen, ich glaube, es ist eine Frage, nur noch eine Frage der Zeit, bevor sie endgültig besiegt sind. Spannend wird einfach sein, wie das Ganze dann aufgeteilt wird, wer davon am Ende profitieren wird. Und da sind wir dann auch schon bei den Deutschen. Das ist sehr, sehr interessant. Die Deutschen haben jetzt ganz offensichtlich einen engeren Draht zu den Briten gefunden. Hier gibt es definitiv koordiniertes Vorgehen. Und hochinteressant wird sein, wer jetzt hier Paris bekommt von den beiden. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit wird Paris demnächst fallen. Wobei das durchaus auch noch verteidigt werden kann. Kann sein, dass dann auch eher Spanien fällt. Aber hier wird es sehr interessant sein, wer Wien jetzt hier unterstützt. Die Briten haben eben diese Armee in der Picardie. Aber mit ihren Flotten können sie eben nicht nach Paris kommen. Die Deutschen haben zumindest hier noch eine Armee, die sie vielleicht auch mal irgendwie jetzt in Stellung bringen können. Das wird auch spannend sein, was damit passiert. Also, angesichts der Tatsache, dass die Deutschen hier immer zu unterstützen da oben, könnte man sich die Frage stellen, ob sie nicht hier Paris für sich fordern werden. Also, eines dieser großen, interessanten Themen, offenen Punkte. Ansonsten spielt Deutschland ziemlich unspektakulär mit keinen großen, überraschenden Aktionen. Sie haben hier Warschau bekommen. Das war ganz wichtig, aber das war auch relativ unspektakulär errungen. Hier haben sie jetzt eine Flotte nachgebaut, was natürlich interessant ist. Ich denke, in dieser Situation haben wir jetzt, wenn diese vier Armeen gen Osten gehen, eine sehr starke Überlegenheit jetzt hier. Diese Allianz gegen die Russen, die dann vermutlich in den nächsten Runden zurückgedrängt werden. Und der Deutsche wird dann ganz sicher darauf spekulieren, hier noch einige Provinzen der Russen zu bekommen. Vielleicht gibt es ja eine Verabredung, dass Skandinavien an die Briten geht und der Rest von Russland, wenn es dann soweit ist, an die Deutschen fällt. Auf jeden Fall Deutschland mit ganz, ganz vielen Optionen. Sehr stark im Moment. Hier aber natürlich angewiesen auf die ebenso starken Briten. Also, wie sich das Verhältnis weiterentwickelt, davon wird viel abhängen. So, kommen wir mal zu den Italienern. Die Italiener haben ein Riesenproblem. Sie hängen hier in der Sackgasse. Sie kommen hier nicht weiter. Es kommt deshalb, weil diese geostrategische Situation so ist, dass diese Armee in Piedmont hier nicht agieren kann. Sie kann nicht helfen bei diesen Auseinandersetzungen. Es können hier nur diese beiden Armeen bzw. Flotten agieren. Und mit zwei Einheitenstärken, mit zwei Kampfstärken, kann man hier noch keinen Blumentopf gewinnen. Also, hier rächt sich so ein bisschen, dass die Italiener mit den beiden Flotten rübergezogen sind. Mit einer Flotte hier im westlichen Mittelmeer hätte natürlich viel mehr erreicht werden können. Andererseits würde dann die Flotte hier natürlich auch fehlen. Das muss man dazu sagen. Aber hier ist natürlich jetzt was möglich. Und auch das wird spannend sein, was die Italiener diplomatisch stemmen können. Denn sie könnten die Briten irgendwie überreden, ihnen hier zu helfen in Spanien. Sie könnten die Deutschen überreden, ihnen irgendwie hier zu helfen. Also, das ist durchaus alles möglich. Also, hier hängt es jetzt viel vom diplomatischen Geschick der Italiener ab. Hier unten ist, und das müssen wir uns noch mal genauer angucken, durch einen erstaunlichen zurückhaltenden Zug hier der Osmanen, die Italiener gelungen, hier in die Ionische See vorzudringen. Das ist schon ein kleiner taktischer Erfolg. Allerdings, ja, was nützt ihnen das? Also, ich glaube, hier gegen die ziemlich starken Osmanen werden die Italiener Schwierigkeit haben, hier Fuß zu fassen. Insofern sind sie an beiden Fronten irgendwie so ein bisschen aufgehalten, blockiert, handlungsunfähig. Sie haben eine ganz gute Position. Aber, was ist die Perspektive? Das ist die große Frage. Hier unterstützen sie die Österreicher, halten die Osmanen dadurch im Zaum und hier kommen sie nicht voran. Also, das Problem muss aber eigentlich hier an der Westfront gelöst werden, die Italiener. Gut, kommen wir zu den Österreich-Ungaren, die das letzte Mal durch dieses, ich habe es genannt, das Rumänien-Debakel hier, ja, sich ein bisschen stabilisieren konnten. Leider ist es ihnen nicht gelungen, was heißt leider, ich bin natürlich unparteiisch, es ist ihnen nicht gelungen, Serbien zu halten. Das hätten sie aber auch mit keinem Zug machen können, weil die Osmanen hier mit drei Stärke in Serbien einmarschiert sind. Insofern war das fast absehbar. Sie sind hier ein bisschen vorangekommen. In Albanien ist natürlich kein Versorgungszentrum. Aber mehr als halten könnte im Moment schwierig sein. Allerdings, hier oben eröffnen sich ein paar Möglichkeiten, aufgrund der russischen Schwäche, zu der wir dann gleich kommen. Also, die Osmanen, trotz ihres anfänglichen schwierigen Zuges hier nach Rumänien, halten sich jetzt doch erstaunlich lange und gut und sind hier kein Sparingspartner, sondern ein ernstzunehmender Gegner, der zumindest das Heimat-Territorium sehr stark verteidigt. So, die Russen. Hier oben haben sie sich eigentlich ganz gut geschlagen, wenn man bedenkt, dass sie gegen drei hier gekämpft haben. Zwei gegen drei. Aber nun steht hier eine ziemliche Übermacht. Das wird zwar noch nicht im nächsten Zug, aber vielleicht schon im übernächsten relevant werden. Und es sieht ganz so aus, als würden sie hier sich zurückziehen müssen, als würde Schweden möglicherweise demnächst fallen. So, hinzu kommt diese schwierige Situation hier. Und das war ein durchaus ungewöhnlicher Zug. Und bevor man jetzt da leichtfertig von Fehler redet, möchte ich nochmal diese Situation euch vor Augen führen. Also, es gibt jetzt zwei, also das ist wirklich ein merkwürdiger Zug gewesen, muss man mal sagen. Weil üblicherweise bringen solche Einzelattacken nie etwas, weil natürlich hier niemand so dumm sein wird und einfach die Versorgungszentren leer ziehen wird und man dort einmarschiert. Üblicherweise würde man sich dann irgendwo entscheiden und einen der beiden Angriffe unterstützen. So, es gibt also die Möglichkeit, dass es einfach hier ein Fehler gewesen ist, ein schlechter Zug. Die zweite Möglichkeit ist aber, die würde ich nicht ausschließen, dass es hier Absprachen gegeben hat bezüglich Rumänien. Ist gut möglich. Man weiß es nicht. Weil, hätten hier die Osmanen von Bulgarien diesen Angriff unterstützt auf Rumänien, dann hätte der ukrainische Zug Sinn gemacht. Dann würde er nämlich diesen Support unterstützen und dann wäre es hier eine 2-1-Situation gewesen und die Russen würden einziehen. Also, in so einer Konstellation wäre das ein sinnvoller Zug gewesen hier mit der Ukraine. Also, das ist eine Möglichkeit, dass es hier eine Verabredung gab, die nicht eingehalten wurde oder wieder missverstanden wurde. Hier hatten wir schon offensichtliche Kommunikationsschwierigkeiten. Die andere Möglichkeit, wie gesagt, dass es einfach eine Fehlersituation ist. Vielleicht mal für alle, die das Spiel spielen und in solcher Situation sind und gehen wir mal davon aus, dass wir wissen, dass die Osmanen hier nicht helfen würden. Dann würde man, wir haben ja jetzt hier eine 3-3-Situation. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wir haben ja in, wir sind im Herbstzug. Das heißt, man müsste ja schon versuchen, eines dieser beiden Versorgungszentren zu erreichen. Das heißt, man müsste zu erobern. Das heißt, man müsste sich entscheiden. Also, man müsste auf jeden Fall diese Armee in der Ukraine verwenden, um entweder diesen Angriff zu supporten oder diesen Angriff zu supporten, damit man zumindest irgendwo eine Chance hat. Und der Gegner kann die gleiche Sache machen. Der kann mit dieser Armee in Galicien Rumänien supporten und unterstützen oder Warschau supporten und unterstützen und damit entweder hier oder dort eine Stärke 2 erreichen. Das heißt, das ist jetzt ein reines Abwägungsspiel, was man da machen muss. Und in dieser Situation würde vermutlich ein rationaler Spieler würde dann sagen, okay, ich würde vermutlich diesen Zug hier auf Warschau unterstützen, weil es wahrscheinlicher ist, dass Österreich-Ungarn das eigene Versorgungszentrum sichert, als das offen zu legen und die Deutschen in Warschau zu unterstützen. Das wäre so ein Abwägungsgedanke. Und hätten die Russen das in diesem Falle übrigens getan, dann hätten sie tatsächlich Warschau zurückerobert. So wäre das gewesen. Also, tja, man weiß es nicht. Man kann da nicht hintergucken. Also, entweder war es ein Fehler oder es war eine falsche Verabredung hier mit den Osmanen, nenne ich, eingehalten. Auf jeden Fall, und das müssen wir jetzt einfach mal festhalten, die Russen jetzt sehr, sehr stark in der Defensive. Also, hier können sie eigentlich nicht mehr viel erreichen mit zwei Einheiten. Also, die Osmanen müssten jetzt hier stark schon unterstützen, eingreifen. Und hier oben wird es auch schwierig werden. Sie haben jetzt einfach drei Gegner. Die Briten, die Deutschen und die Österreich-Ungarn. Und, ja, nur noch vier Armeen. Also, das sieht nicht gut aus für die Russen. Kommen wir zu den Osmanen. Die haben nach dieser kurzen Schwächersituation eigentlich die Sache wieder stabilisiert. Serbien ist zurückgeholt. Sie haben eine neue Armee bauen können. Auch in Konstantinopel. Sehr interessant. Das heißt nach wie vor, keine Ambitionen in Russland. Noch stehen sie an der Seite ihres Verbündeten. Ansonsten hätte man auch in Ankara durchaus bauen können. Was ich nicht richtig verstehe und interpretieren kann, ist diese Flotte, die hier nicht in die Ionische See gezogen ist. Mit diesem Zug hätte man die italienische Flotte hier verhindern können. Und das wäre auf jeden Fall wichtig gewesen für die Osmanen. Also, ein kleiner Wermutstropfen hier in dieser Situation. Ansonsten eine sehr starke Stellung hier. Aber die Frage ist, wie kommt man weiter voran? Also, der schwächelnde Russe wird jetzt für die Osmanen langsam zum Problem. Und die Tatsache, dass sie hier jetzt die Armee gebaut haben, ist auch so eine Sache. Weil die muss man ja jetzt auch irgendwo einsetzen und zur Front bringen. Und das ist schwierig von Konstantinopel aus, weil ja hier alles besetzt ist entsprechend. Puh, also auch hier stellt sich die Frage, wie kommen die Osmanen jetzt eigentlich weiter? Sie sind auch so ein bisschen festgefahren jetzt in der Konstellation. Also, auf jeden Fall eine ganz interessante Entwicklung. Es geht dann weiter mit dem Frühjahr 1904. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Bleibt dran, macht's gut. Euer Steinbein. Ich bin gespannt, was da magnetische Zusammenbrxualität in der Konstellation. Ich bin gespannt, was die